Ja, herzlich willkommen bzw. willkommen zurück. Und ich würde sagen, wir starten gleich voller Kraft und Enthusiasmus ins neue Jahr. Also ich bin voller Tatendrang und ja, ich habe auch immer am Anfang des Jahres, hat man immer so viele Neujahrsvorsätze, was man alles sich vornimmt und was man denn alles machen möchte im kommenden Jahr. Die vergehen manchmal relativ schnell, aber ein Neujahrsvorsatz, den ich jetzt habe und den ich diesmal auch durchziehen werde, wirklich auf meinen Körper zu schauen. Und ich fange da gleich mal an, Anfang des Jahres wahrscheinlich um, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, um meine Ballaststoffe wieder zu ergänzen, um wirklich wieder in meine Mitte zu kommen, um meinen Körper wieder so richtig gut zu unterstützen mit ganz, ganz vielen großartigen Produkten. Und eins davon ist mein heiß geliebter Balance Complete Shake. Balance Complete Shake, ja, was ist drinnen? Der wichtigste Inhaltsstoff und das, was am meisten zugeführt wird, sind die Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind nun mal für den Körper unglaublich wichtig. Das Tolle an dem Shake ist, dass da zum Beispiel auch Gerstengras drinnen ist. Und was ich so sehr mag, ist der Geschmack nach Vanille. Und ich mache mir den, ja, nach Lust und Laune mache ich mir den einfach. Und er ist wirklich sehr, sehr gut und unterstützt einfach total gut meinen Körper. Und er ist auch sehr gut unterstützend beim Gewichtsmanagement. Also wenn wir jetzt so einen neuen Vorsatz haben, dann kann der Balance Complete Shake da auch sehr, sehr gut unterstützen. Es gibt ganz viele Varianten, wie du ihn dir zubereiten kannst. Du kannst ihn dir mit Wasser machen, mit Mandelmilch, mit Kokosmilch, mit Hafermilch. Meine Lieblingszutat ist eigentlich die Mandelmilch. Ich nehme immer Mandelmilch dazu. Ja, und ich nehme auch immer sehr, sehr gerne irgendwelche Früchte dazu. In dem Fall habe ich jetzt vorbereitet schon Bananen und Mangos. Da ist dann der Geschmack nochmals, ja, sehr, sehr, sehr gut. Also für mich ist der Balance Complete. Ja, ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn in der Früh, wann auch immer man ihn trinken möchte, vollkommen egal. Aber so in der Früh zum Aufstehen, so um in meine Kraft auch zu kommen, da mag ich ihn besonders gern. Ja, und übrigens, jetzt im Jänner ist er sogar in Aktion. Also jetzt im Jänner ist er sogar um 10% reduziert. Also vielleicht für dich auch gleich so ein kleiner, ja, so ein kleiner Hinweis, dass du ihn dir jetzt auch gleich besorgen kannst oder wirst. Ja, dann legen wir gleich mal los. Ich beginne, ich habe da schon den Mixer vorbereitet. Ich beginne mit den Früchten. Ich habe mir da eine ganze Banane vorbereitet und eben auch eine Mango. Ich gebe die gleich mal komplett in den Mixer. Ups, aber alles glatt gegangen. Da hinein in den Mixer. Dann kommt die Milch dazu. In dem Fall, wie gesagt, ich nehme sehr gern Mandelmilch. 250 Milliliter in etwa oder mehr, je nachdem, wie viel du nehmen möchtest. Ich mache sehr gerne alles nach Augenmaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt auch schon das Pulver dazu. Du kannst einen Messlöffel nehmen. In der Beschreibung stehen zwei Messlöffel. Auch wieder alles Geschmackssache. Einfach ausprobieren. Es geht immer nur ums Ausprobieren und ums Machen. Du kannst natürlich auch nach Lust und Laune noch dazunehmen Ninja White, Plusöle. Du kannst so viel noch reinmischen, was du möchtest. Andere Beeren. Also auch hier sind, ja, deinen Ideen sind da einfach definitiv keine Grenzen gesetzt. Ja, und dann geht es einfach auch schon wieder los. Und Deckel drauf, einschalten und dein Shake, dein wirklich guter, ballaststoffreicher Vanilleshake ist dann auch schon gleich fertig. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Ich habe mein Glas schon vorbereitet. Ich freue mich schon richtig drauf. Ah ja, der riecht doch immer so gut. Oh mein Gott. Der ist jetzt relativ intensiv. Man sieht es eh gleich. Ein richtiger Smoothie. Wenn du ihn nicht so, wenn du ihn flüssiger haben möchtest, einfach mehr Milch dazugeben. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte hinterlass uns ein Like oder abonniere unseren Kanal. Und ja, hinterlass uns auch einen Kommentar, wie du deinen Balance Complete Shake zubereitest. Da sind wir wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn du noch kein Young Living Konto hast und jetzt diesen Shake unbedingt bestellen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Also, bis zum nächsten Mal.